Alter Markus, da brennt's, Alter! Markus! Ah! Da war! Markus! Was sollen wir tun? Wir fragen Feuerwehrmanns. Okay, was sollen wir tun? Feuerlöscher, wir fragen kein Wasserlöscher ein. Egendein Feuerlöscher. Ich höre, dass jemand mit, ähm... Delektiv Markus... ... und den Ding auf der Stur. Einen Feuerlöscher, der... ... der mit, äh... ... der Markus hat dich getrunken. Der mit Wasser...